Zahnarztangst ist ein haufiges Problem, das viele Kinder erleben, wenn sie zum Zahnarzt gehen, mein Viertel esen. Diese Angst kann sich auf verschiedene Weisen erweihern, vom einfachen Unbehagen bis hin zu Panikattacken. Als Eltern ist es wichtig, ihrem Kind zu helfen, diese Angst zu a ein Viertel bewinden, damit es eine positive Einstellung zur Zahnhygiene und Gesundheit entwickeln kann. In diesem Video werden wir dara ein Viertel BER sprechen, wie Eltern ihren Kindern helfen kann, die Zahnarztangst zu a ein Viertel bewinden. 1. Kommunikation ist der Schla ein Viertel SSL. Der erste Schritt, um ihrem Kind zu helfen, die Zahnarztangst zu a ein Viertel bewinden, ist eine offene und ehrliche Kommunikation. Sprechen Sie mit Ihrem Kind a ein Viertel BER seine A N GST und sorgen in Bezug auf den Zahnarztbesuch. Harren Sie aufmerksam zu und nehmen Sie die Gefahr ein Viertel Hale Ihres Kindes ernst. Erklaren Sie ihm, dass der Zahnarztbesuch wichtig f a ein Viertel R die Gesundheit seiner ZA nie ist und dass der Zahnarzt da ist, um ihm zu helfen. 2. Bereiten Sie Ihr Kind vor. Eine gute Vorbereitung kann dazu beitragen, die Zahnarztangst Ihres Kindes zu reduzieren. Erklaren Sie ihm, was bei einem Zahnarztbesuch passieren wird, wie die Untersuchung ablauft und dass es nicht wehtun wird. Sie kann in Ihrem Kind auch Bilder von einem Zahnarzt und seinem Werkzeug zeigen, um ihm zu verdeutlichen, dass der Zahnarzt keine angsteinfla allende Person ist. Wenn maglich, vereinbaren Sie einen Termin f a ein Viertel R eine Besichtigung der Zahnarztpraxis, damit sich Ihr Kind mit der Umgebung vertraut machen kann. 3. Loben und Belohnen. Positives Feedback und Belohnungen sind effektive Magglichkeiten, um Ihrem Kind zu helfen, die Zahnarztangst zu a ein Viertel bewinden. Loben Sie Ihr Kind f a ein Viertel R seinen Mut, zum Zahnarzt zu gehen und sich behandeln zu lassen. Sie kann ihm auch eine Belohnung in Aussicht stellen, wenn der Zahnarztbesuch gut werlauft. Z. B. Einen kleinen Ausflug oder ein Spielzeug. Diese positiven Verstarkungen helfen Ihrem Kind, eine positive Einstellung zum Zahnarztbesuch zu entwickeln. 4. Entspannungstechniken anwenden. Entspannungstechniken wie Atmungseinviertelbungen oder Visualisierung kann Ihnen Ihrem Kind helfen, ruhig zu bleiben und seine Angst zu a ein Viertel überwinden. Erüben Sie mit ihm vor dem Zahnarztbesuch, wie er tief durchatmen und sich auf etwas Shannis konzentrieren kann, um die Angst zu reduzieren. Diese Techniken kann Ihnen Ihrem Kind helfen, sich zu entspannen und den Zahnarztbesuch positiv zu erleben. 5. Ablenkung bieten. Eine Ablenkung variant des Zahnarztbesuchs kann Ihrem Kind helfen, seine Angst zu a ein Viertel überwinden. Bringen Sie Spielzeug oder ein Buch mit, das Ihr Kind variant der Behandlung ablenken kann. Sie kann Ihnen auch mit Ihrem Kind a ein Viertel ber etwas Shannis sprechen oder ihm eine Geschichte erzählen, um es abzulenken. Eine positive Ablenkung kann dazu beitragen, die Zahnarztangst Ihres Kindes zu reduzieren. 6. Vertrauen in den Zahnarzt aufbauen. Ein wichtiger Aspekt, um Ihrem Kind zu helfen, die Zahnarztangst zu a ein Viertel bewinden, ist das Vertrauen in den Zahnarzt aufzubauen. Suchen Sie einen kinderfreundlichen Zahnarzt, der Erfahrung im Umgang mit angstlichen Kindern hat und einfach ein Viertel heilsam ist. Lassen Sie Ihr Kind den Zahnarzt kennenlernen und bauen Sie eine vertrauensvolle Beziehung zu ihm auf. Wenn Ihr Kind das Vertrauen in den Zahnarzt gewinnt, wird es sich variant des Zahnarztbesuchs sicherer f a ein Viertel nennt. Zusammenfassend la SST sich sagen, dass Eltern eine wichtige Rolle dabei spielen, ihren Kindern zu helfen, die Zahnarztangst zu a ein Viertel bewinden. Durch offene Kommunikation, Vorbereitung, Lob und Belohnungen, Entspannungstechniken, Ablenkung und den Aufbau von Vertrauen in den Zahnarzt kann den Eltern dazu beitragen, dass ihre Kinder einen positiven Umgang mit dem Zahnarztbesuch entwickeln. Indem Eltern einfach ein Viertel heilsam und geduldig sind, kann ihnen sie dazu beitragen, dass ihre Kinder die Zahnarztangst a ein Viertel bewinden und eine gesunde Einstellung zur Zahnhygiene und Gesundheit entwickeln.